Hey holy Minecraft Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Trouble in Mineville. Ja, wie ihr schon seht, habe ich ein neues Texturen-Paket, nämlich das Worms Boy 1 Texture Pack. Ja, und die Runde geht auch schon gleich los. Und das ganz Verblüffende seht ihr rechts, und zwar haben wir 1322 Traitor-Pässe. What the fuck? Ja, ich kann mir dieses Wunder selber nicht erklären, aber ich glaube, wir haben ein Geschenk vom Server bekommen. Ich habe mir gar nichts gekauft, gar nichts gemacht, und wir haben trotzdem mal 1322 Traitor-Pässe. Und wie ihr auch schon hört, ist meine Soundqualität wieder besser, weil ich jetzt wieder mit, wie heißt es, mit Audacity aufnehme und nicht mit Fraps den Ton. Ja, nur das Mikro habe ich gerade nicht gut genug angepasst, aber ich werde hoffen, ich hoffe, dass ich das trotzdem gut hinkriege. So, und Jump'n'Run, das schaffen wir doch, oder? Jawohl, nein, ich war dran, ich war dran. Komm, das müssen wir irgendwie schaffen, da hoch ist es, komm. Jawohl. Jawohl. Da oben ist die Enerchest, das schaffen wir. Nein, das geht doch gar nicht, Alter. Wollen wir mich verarschen? Wir sind Traitor. Und den töten wir auch, den töten wir, den töten wir, den töten wir. Jawohl, mein Kill. Was will der ja? Was will der von mir? Was wollt ihr, Alter? Du bist Inno. Der ist doch Traitor. Hallo? Okay, der lässt mich in Ruhe. Und mein nächstes Opfer... ...töten. So, abgestaubt haben wir schon mal. Trater-Bogen haben wir jetzt auch. Ab mit den Trater-Pfeilen. Abhauen. Abhauen. So, die haben, glaube ich, gesehen, dass ich Traitor bin. Das wird eine ganz spontane Runde. Ich muss es hochladen, egal was passiert. Und ich glaube, das wird doch eine gute Runde. Hoffentlich nicht allzu kurz. Schreibt auch in die Kommentare, ob euch das neue Textur-Paket gefällt. Mir gefällt es auf jeden Fall. Bisschen abgehen jetzt da hinten. Bisschen abgehen jetzt da hinten. Fuck. Fuck. Wo ist der hin? Ich glaube, der ist tot. Wow. Scheiße. Scheiße. Hinter mir war einer. Die kommen auch alle von allen Ecken, Alter. Scheiße. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Das wird nichts. Das wird leider nichts. Fuck. Creeper. Das wird nichts. Sorry, Leute. Aber das wird nichts. Ich kann das nicht alleine schaffen. Meine Kollegen sind down. Ich schaffe das nicht. Ich werde das leider nicht schaffen. Nein, das war dumm. Das war richtig dumm. Jawohl. Wir sind rüber. Los, töte den. Bitte töte den, Creeper. Creeper. Fuck. Scheiße. Verstecken wir uns erstmal ein bisschen. Bevor wir hier noch in die Dummheit geraten. Unser letzter Creeper-File ist das, glaube ich. Und da vorne stehen die Beine. Fuck. Nein, der wird mich töten. Jawohl. Nein. Nein. Renn. 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 Wir sind richtige Pussys, aber wir rennen und rennen. Wir schaffen das. Nein. 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 Wir sind tot. Wir sind tot, Leute. Ja. Scheiße. Wir sind tot, aber egal. Das ist jetzt eine YOLO-Runde gewesen. Ich musste es leider so machen. Aber nun gut. Ich fand die Runde gar nicht so schlecht. Ja. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und sage Tschau und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.